Jo Leute, grüßt euch. Wir machen einen neuen Part hier. 40-40. Book of R6. Book of R6. Ne. Ja, ein Wasser. Schmutzige Poppy ist auch dabei. Die Kamera jetzt mal umgestellt, Leute. Mal gucken, wie die Quali dann so ist. Ich bin hier gerade ein bisschen hin und her am wackeln. Keine Ahnung. Jetzt spielen wir bis 180. Nein. Ich wollte schon sagen, ey. Schweinehund. Lässt er mich hier noch zittern bis zur letzten Walze der Mistköte. Komm, Köpfe. Komm, Köpfe. Na, passe. Komm, Verlängerung wäre schön. Ja, ist schön sogar. Nach dem ersten Game wäre gut, wenn er jetzt mal einen raus schießt hier. Okay. Ach. Warum nicht so geil an hier? Noch eine? Schade. Noch ein? Schade. Komm jetzt, Mann. Pats. Ich steh wieder nicht hin. Doch, immer im letzten. So, Kerl. Jetzt mal 5 Asse wäre nicht schlecht. 300. Oh! Oh! Leckerchen, du. Hinten einen mehr. 300. Schade, ne? Naja, ist oben drüber stehen geblieben nicht. Alte Sau. Aber ja gut, schön. Eben auf 30, 30 auch gemacht. 2x5 Asse. Ja gut, sieht ja gut aus. 220 gestartet. Bis jetzt 100 Euro geworfen. Na gut. Schau mal wie es weiter geht. Spiele haben wir ja noch. Komm nochmal. Boah, tausendmal vorbeigerannt. Schau mal. Schau mal. 80 Cent, ne? Naja. Das geht rucki zucki da runter. Ja. Ist ja eine 200 Euro drauf was. Oh nein, schöner geht noch. Solange der 4er gibt es, okay. Mal 4 Kilometer schon runter. Naja. 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 Mal mit Verlängerung jetzt. Zweifel. Das war komisch, ne? So bappappapp. Leider nicht. Letztes Spiel. Naja. Ja ja, besser als nichts. Ist schon okay. So ein paar Euro nachlaufen, wie immer. Kann man versuchen, manchmal kriegt er da auch einen Ausflipper. Ah, wunderbar, du Sau. Ein bisschen zu schön gewesen. Ich hab ja auch viel für dich getestet. Du musst ja verstehen, dass da viel Dreck bei ist. Ja, auf jeden Fall. Was denkst du denn? Viel Dreck. Manche Spiele bringen gar nichts, manche halten wesentlich länger von der Zeit. Manche geben auch viel mehr. Ja, aber du siehst ja, du verbrennst mit 10 Cent manchmal da. Dann wundern viele, wenn ich sage, ich hab in einer Woche 3-4 Tausend weg. Ja. Ist normal, wenn du die ganze Zeit 60, 80, 1 oder 2 oder irgendwo rumhampelst und machst und guckst. Weil es ja auch nicht so einfach jedes Mal auf der Kiste irgendwie ruckzuck Geld drauf zu kriegen, weißt du? Ja. Gucken wir mal 50, 50. Ich hab jetzt noch sechs, sieben andere Spiele schon getestet hier auf dem 10 Cent Channel. Mhm. Und der Kiste ist von meiner Gruppe nur ein Spiel übergeblieben, ne? Das ist Kier auch in einer A. Naja, das spielst du ja. Wir können immer noch die besten Vorwürfe gucken. Und der Rest, so. Ja, das hat Probleme. Schwer, oder? Nein, nein. Schon gesehen. Das schmutzige Pickel hier. Boah Leute, ich bin eigentlich gar kein Fan von dem Spiel hier. Was machst du? Bis der Arzt kommt? Von 80 Zeichen, Junge. Niemals. Warte. Nee. Muss noch kurz ein dreckiges Auge machen. Warte. Nee. Wie der letzte, oder? Immer der letzte. Ich mach jetzt bei dir dreckiges Auge. Komm, Köpfe. Nein. Na gut, vielleicht kommt die Sau ja mal 5. Ja. Vierer zum Frühstück ist schon mal okay. Boah, ja schön. Fiffi. Oh. Reiner mehr 250. Ja, ja. Dann auch schneller wieder zu, als du gucken kannst. Haben die auch im scheuen Tor direkt wieder 500 Ketten draufgeknallt. Make me fully. Schmall heck. Schön. Das sind verschmutzer Zähne, der hier noch einmal steht. Ganz dreckig. Der ist richtig schön verstaubt, tatsächlich. Da ist hier die Wolke. Dann mach ich den Kuh ganz dreckig rüber. Ja. Ja. Ich weiß nicht warum. Obwohl er selber spielt, dann bremt er noch mit 10 Auge wieder. Ja, ich guck mir den direkt an bei dir. Der verlängert bestimmt noch. Das gönne ich dir. Von mir ist verlängert der bis 800 Spiele. Weißt du da ganz genau. Komm. Oh. Komm mal wieder 5. Fiffi. Ja. Immer ein schön Fiffi hier. Schon mal wenigstens ein Ergebnis. Von 30 Spielern gesucht ist er zwei Male Fahrer. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, ehrlich gesagt. Ja. Wollte du so noch aufpassen. Er ist nicht vorsichtig spielt, dann ist der Kopf ab. Ja. Ich lass ja immer mal ein bisschen nachlaufen, weißt du. Ja, ja. Schau da nicht jetzt hier direkt auf die vollen. 50 plus 50 ist auch 1 Euro, Mann. Was ist los? Ja. Ja, das ist ja auch schon egal. Das ist ja auch schon ein bisschen mehr als wirklich. Ja. Ja. Wollte ich ja jetzt mal sagen. Ja? Ja. 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 Das war schon mal ein gemühler Start. Hast du zu spiel, wenn du über die Ableiben gehst? Ja, wenn man sieht bei mir, wie ich da immer verkohle, dann hat man da schon keinen Bock drauf. Ja, aber wann kommen die denn mal? Wann kommen denn da mal 60, 70, 80 Spiele? Das ist doch alle Jubel. Komm, der wär nett. Komm mal zweimal durch. Lass mal bis 430 laufen, Leute. Dann mache ich mal den Cut im Video. Machen wir einen neuen Part aus der ganzen Schmutzkolonie. Vielleicht kommen wir auch noch mal rein. Nein. Mein Gott, ey. Glotzer nicht. Schmutzpriester, ey. Waren Schmutzpriester gewesen. Ganz doof um die Ecke am Glotzen. Ja, ja. 60, 60, hauchen wir nochmal an hier. Ja, du weißt doch, wie er das ist, Mann. Aber immerhin. Dann geht er gleich nochmal an. Dann spielt hier dieses Magic Mirror mit diesem Trigger. Dann spielt er manchmal an. Zwei Varianten, ne? Ja, ja. Drei. Drei? Ja, ja. Ja, Leute. Dann mache ich den Part mal auf Stopp. Kommt auf jeden Fall auch noch ein neuer Part. Ich wollte es doch mal sagen. Alter, bisher hier, die Kiste läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Am Anfang hat es sich ein bisschen krumm gemacht. 60er gefressen. Aber ja, gut. Gucken wir mal, was der im nächsten Part macht, Leute. In diesem Sinne. Und vergisst das Abonnieren auf gar keinen Fall. Kommentieren und liken. Glocke aktivieren. Der ganze Scheiß kostet keinen müden Krummen. Deswegen, Leute. Scheut euch nicht davor. Haut rein.